Ja, moin und willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Apex Legends Video. Ganz kurzes Werbevideo könnte man fast sagen für alle Loba Fans. Es gibt seit heute oder seit gestern Abend ein absolut geiles Loba Paket auf sämtlichen Plattformen für gerade mal 5 Euro. Dürfte, soweit ich das mitbekommen habe, nicht mal zeitlich limitiert sein. Also ihr müsst jetzt nicht hektisch nach dem Taschengeld fragen oder ähnliches. Ihr könnt dieses Paket immer für 5 Euro kaufen. Hat ein Loba Skin, 600 Apex Coins obendrauf, die alleine schon 6 Euro wert sind. Wenn ihr die Playstation oder eine andere Plattform das erste Mal startet, kommt diese Meldung. Die kommt bei mir nicht mehr, die kann man aber hervorrufen, wenn man die Schultertasten, zum Beispiel bei der Playstation R2 drückt. Da kommt diese Meldung, da seht ihr den Skin und 600 Apex Coins. Und den zeige ich euch natürlich jetzt auch noch im Loadout. Denn der Skin A, seht ihr hier, Rudeljäger heißt der Skin. Er ist eben selten, sieht aber alles andere als selten aus. Jetzt mal ganz ernsthaft. Dieser Skin ist ein absoluter Wahnsinn und wäre für mich also legendär. Ganz klare Sache und was ich extrem geil finde, ist, dass die Augen von Loba genauso türkis leuchten, wie der Rest von diesem absolut starken Skin. Ja, mehr wollte ich euch eigentlich gar nicht auf den Weg bringen. Ich denke, jeder Loba Fan wird sich dieses Paket zulegen, wenn nicht, ist auch noch so. Ich finde ihn ultra stark. Ich wollte euch einfach nur zeigen, dass es jetzt auf allen Plattformen diesen Skin gibt. Das war es von mir. Wer Tagesaktuell zum Freitag dieses Video sieht, am frühen Abend, heute starte ich noch einen Livestream. Der ein oder andere schaltet vielleicht rein, würde ich mich sehr darüber freuen. Lasst dem Video wie immer einen Daumen nach oben dran, aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, das war es von mir. Schönes Wochenende. Ciao.